Kann die jetzt kürzlich in Großbritannien entdeckte Virusmutation eine Art schwarzer Schwan für die Märkte sein? Schwarzer Schwan, das war ja etwas, was man in Europa lange nicht kannte. Es gab keine schwarzen Schwäne in Europa. Dementsprechend hat der römische Satiriker Juvenal einst geschrieben, treue Ehefrauen sind wie seltene Vögel, ähnlich wie schwarze Schwäne, die damals wie gesagt unbekannte waren. Dann hat der Nassim Taleb diese Formulierung übernommen oder angewendet auf ein Ereignis an den Finanzmärkten, was keiner auf dem Zettel hat. Nun, dass solche Mutationen auftreten, das haben natürlich Mediziner auf dem Zettel. Es haben aber auch diejenigen auf dem Zettel, die große Summen an den Märkten bewegen, nämlich die von der Bank of America befragten Fondsmanager. Und die haben gesagt, ja, das größte Risiko, das wir sehen in der letzten Befragung war, das sind Virusmutationen. Und die große Frage ist, wir wissen, dass dieses Virus, dieses mutierte Virus, das in UK hier aufgetreten ist, wohl deutlich ansteckender ist. Aber die Frage ist, naja, es scheint bisher nicht so zu sein, dass es tödlicher ist oder der Krankheitsverlauf schwerer ist. Aber die entscheidende Frage ist, wirken die bisher entwickelten Impfstoffe auch gegen diese Mutationen oder gegen andere Mutationen? Sonst würde das nämlich bedeuten, wenn es nicht der Fall wäre, müsste man wieder neue Impfstoffe entwickeln, das würde Zeit dauern etc. Damit würde diese ganze Perspektive, die die Aktienmärkte aufgeworfen haben, nämlich, dass diese Corona-Krise bald komplett vorbei ist, müsste dann wieder mal nach hinten verschoben werden in die indefinite Zukunft. Und das wäre natürlich eine schlechte Nachricht, die hier die Märkte nicht eingepreist haben, so viel scheint. Klar, schauen wir uns zunächst mal an die praktischen Auswirkungen. In Dover, der Hafen faktisch geschlossen, weil Frankreich sagt, wir lassen hier nichts mehr rein. Sie haben sicherlich gehört, dass Deutschland, Frankreich, viele andere Länder jetzt praktisch keine Flugreisen mehr erlauben, außer UK kommen. Jetzt ist es so, dass praktisch auch dieser Hafen eben still liegt, weil die Franzosen nichts reinlassen. Das bedeutet für viele aber, wie hier Jumana Berketsche schreibt, das ist ja eine super Situation. Wir sitzen jetzt hier in UK in einem Land, in dem sich diese Virusmutation massiv ausbreitet. Und wenn man das mal auf das ganze Jahr 2020 bezieht, dann ist das so eine Art Saisonfinale der Hunger Games. Also das ist natürlich wirklich jetzt nochmal die Krönung, die möglicherweise hier uns erwartet. Jedenfalls in UK chaotische Zustände, dazu gleich mehr. Jedenfalls sehen wir hier mal die Regionen an, die hier betroffen sind. Es ist vor allem London, es ist also der Süden Englands. Es ist die wirtschaftlich mit Abstand bedeutendste Region eben dieses Landes. London jetzt und diese Regionen praktisch in Tier 4 Lockdown. Das heißt, keine Weihnachtsreisen sind möglich. Die Leute müssen wirklich zu Hause bleiben, können ihre Verwandten nicht besuchen. Da musste die Johnson-Regierung wieder umsteuern und dass sie so schnell und so hart umgesteuert hat und dass die Franzosen jetzt die Grenzen dicht machen, im Prinzip zu UK und andere auch, zeigt, dass man das offenkundig sehr ernst nimmt und dass das hier praktische Auswirkungen hat, die wohl auch an den Finanzmärkten nicht vorbei gehen. Wir haben jetzt eben neue Zahlen aus UK, extrem hohe Infektionszahlen mit knapp 36.000, höchster Wert ever in UK seit Beginn der Pandemie und wahrscheinlich eben wegen dieser Virusmutation, die eben ansteckender ist. Jetzt hat Sven Henrik, weil eben die Versorgungslage durchaus jetzt schwierig ist, weil eben nichts reinkommt, kaum etwas, also nichts rausgeht, aber auch praktisch nichts reinkommt. Sie müssen sich mal vorstellen, wenn Sie jetzt als Lkw-Fahrer unterwegs sind und jetzt für 48 Stunden kein Grenzverkehr mehr stattfindet, möglicherweise wird das viel länger dauern, wenn ich als Lkw-Fahrer da jetzt aus Frankreich kommend nach UK reinfahre, dann weiß ich nicht, ob ich Weihnachten wieder zu Hause sein kann, weil ich möglicherweise aus Großbritannien nicht mehr rauskomme. Das heißt, da werden sich viele überlegen, die Ware gar nicht erst zu liefern, sondern sagen, Jungs, ich kehre wieder zurück nach Hause, denn das ist mir zu risky, das ist vielleicht auch für die Spedition zu risky und das hat erste Konsequenzen. Jetzt hat zum Beispiel, wie Sven Henrik hier schreibt per Twitter, wollte er Eier kaufen jetzt am Wochenende in einem Grocery, also in einem Supermarkt, wenn man so will, und hier ist die Anzahl der Eier, die man kaufen darf, limitiert, begrenzt. Das zeigt schon hier die ersten Versorgungsengpässe, die durch den Brexit sicherlich nicht besser werden. Jetzt ist in UK und in Dänemark allerdings die Situation, dass man das beste Profiling hat, also dass man die besten Testnachvollziehungen machen kann. Also hier ist die Technologie wirklich sehr, sehr gut. Jetzt stellt Daniel die Frage, naja, vielleicht haben wir schon sehr viel mehr Fälle jetzt, auch in anderen Ländern. In Italien ist ein solcher Fall bekannt, in Südafrika ist ein solcher Fall bekannt. Vielleicht wird das in Deutschland auch jetzt bekannt. Dementsprechend, solange Grenzverkehr stattfindet zwischen UK und anderen Ländern oder schon stattgefunden hat, besteht natürlich das extreme Potenzial, dass diese Dinge hier auftreten. Chaos an deutschen Flughäfen, Reisende werden abgefangen, die müssen dann, wenn sie ankommen in Deutschland, einen Test machen. Wenn der negativ ist, dann werden sie weitergelassen. Und jetzt kommt eben dieses ganze Brexit-Drama noch obendrauf. Man scheint sich da nicht wirklich weiterentwickelt zu haben in den Diskussionen und Gesprächen. Jetzt läuft die Zeit eigentlich ab oder ist abgelaufen. Das Europäische Parlament hatte ja gesagt, Leute, ihr müsst bis mindestens, bis spätestens Sonntag irgendwas liefern, damit wir das überhaupt noch abstimmen können. Denn das ist ein umfangreiches Vertragwerk, das ist nicht passiert. Also das wird diese ganze Geschichte noch ein bisschen verschlimmern. Aber es gibt natürlich gute Nachrichten, meine Damen und Herren. Der Stimulus kommt, der Stimulus kommt. So zumindest soll das heute beschlossen werden. So zumindest haben es Schumer, Pelosi und wie sie alle heißen, McConnell haben es gesagt, 900 Milliarden Dollar insgesamt. Diese 900 Milliarden Dollar, die scheinen schon ein bisschen mickrig inzwischen. Man gewöhnt sich ja an Dimensionen in Billionengröße. Dementsprechend sind 900 fast schon ein bisschen wenig. Was ist da drin? Wo geht das Geld rein? Direct Payment, 600 Dollar. Das ist das für die Wall Street wahrscheinlich am wichtigsten für die meisten Amerikaner. Dann gibt es noch Enhanced Unemployment Benefits. Also hier nochmal Zusatzzahlungen für Arbeitslose. Es gehen 15 Milliarden auch in die Flugzeuglinien. Also hier unterstützt man die Airlines Education, Paycheck Protection Program, etc. Also diese Dinge, die hier berücksichtigt werden, müssen wir im Einzelnen nicht diskutieren. Wichtig für die Wall Street eben, dass hier der Konsum weiterläuft. Also die Leute eine Art Helikoptergelde bekommen. Kommen wir zurück zuletzt im Freitag. Meine Damen und Herren, was da passiert ist. Großer Verfall plus das Freimachen für die Aufnahme von Tesla, der Tesla-Aktie, die ja heute erstmals im Handel sein wird, im S&P 500 oder das erste Mal im S&P 500 gehandelt wird. Hier sehen wir den S&P 500 in einem Chart von Michael Silver, wie er sich entwickelt hat am Freitag. Bums, es ging nach unten. Bums, dann ging es massiv nach oben. Schauen wir uns hier mal die Tesla-Aktie an. Kurz vor Handelsende. Da haben die Index-Anbieter nochmal zuschlagen müssen, haben dann die Aktie gekauft. Und wir sehen, was für eine dramatische Kursentwicklung in den letzten Minuten. Auf 695 Dollar ist die Aktie gestiegen. Und wir hatten diesen volatilen Handel am Hexensabbat am letzten Freitag. Und dann kam nachbörslich die Meldung, dass die Fed den US-Großbanken wieder erlaubt, eigene Aktien zurückzukaufen. Und Bums, das hat JP Morgan dann eine Sekunde später auch verlautbaut. Ja, wir kaufen für 30 Milliarden Dollar Aktien zurück. Das hat die Aktienmärkte insgesamt dann gehoben, hat die Bankaktien gehoben. Und es ist natürlich so, dass so schnell wie JP Morgan hier reagiert hat, die wussten das vorher schon. Da sieht man also die Verknüpfung zwischen Fed und solchen Großbanken wie JP Morgan. Sonst hätten die nicht so schnell sagen können, ja, wir hauen jetzt mal hier 30 oder wir kündigen an, dass wir für 30 Milliarden eigene Aktien zurückkaufen. Das ist faktisch in seiner Handel, wenn man so will. Man kann sich vorstellen, dass die Bank sicherlich andere Aktionen auch gemacht hat. Denn wir haben im Vorfeld, denn man wusste das, man hat dann sich vielleicht schon engagiert. Kann ich jetzt nicht belegen, aber es wäre zumindest nicht überraschend. Jedenfalls sehen wir da, wie unsauber die ganzen Geschichten an der Wall Street laufen. Die Hedgefonds, die gehen jetzt von einer Weihnachtsrallye aus und shorten den WIX, also gehen von einer massiv fallenden Volatilität aus, was dann bedeuten würde, faktisch, dass die Aktienmärkte weiter steigen würden. Jetzt die WIX-Short-Spekulation auf einem 53, 43 Wochen hoch. Und hier sehen wir von Sentiment Trader 12 Charts für Permabeeren über Christmas, über Weihnachten, the most confident dump money in history, also das sogenannte dump money, das etwas weniger intelligente Geld, ist so optimistisch wie noch nie. Und wir sehen auch, dass die Analysten Aufstufungen machen, praktisch in Rekordtempo. Tempo, es wird aufgestuft, aufgestuft, aufgestuft. Man ist optimistisch. Hier hat Leuthold unten diese Grafik, zeigt das. Mal die aktuelle Situation mit dem Jahr 2000 verglichen. Der Tech-Bubble, Februar 2000. Und wir sind durchschnittlich um 59% teurer als auf dem Hochpunkt. Der Dotcom-Blase, also nicht wirklich viel teurer, muss man sagen. Wer nicht richtig begeistert ist, davon sind die sogenannten Insider. Die verkaufen weiterhin in diese Rallye, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber grundsätzlich gilt, um mal wieder hier etwas Optimistisches zu zeigen, meine Damen und Herren, grundsätzlich gilt, Jahreshochs sind eigentlich Kaufsignale. Hier hat man das mal verglichen von 1998 bis jetzt. Was würde passieren, über welchen Zeitraum, wenn man ein Allzeithoch kauft? Durchschnittlich würde man sich besser entwickeln nach einem Jahr schon 14,6%. In drei Jahren deutlich besser und auch in fünf Jahren deutlich besser. Also Allzeithoch sind normalerweise Kaufsignale, aber es ist natürlich schon ein bisschen sehr viel eingepreist, könnte man sagen. Jetzt ist eben dann die Frage, die hier Michael Santoli stellt von CNBC. Naja, was kann jetzt noch dazu führen, dass die Aktienmärkte den nächsten Push kriegen? Natürlich ist viel Cash vorhanden, ist viel Liquidität vorhanden. Ist Liquidität ausreichend oder muss da schon etwas anderes noch kommen? Müssen da gute Nachrichten kommen? Diese Stimulus-Geschichte, die heute Nacht schon bekannt wurde, wurde zunächst in Asien mal gekauft, aber dann sind die Märkte doch ein bisschen unter Druck gekommen. Vor allem die europäischen Märkte sind unter Druck, weniger die US-Futures. Das kann aber noch kommen. Normalerweise ist der 21. Dezember nicht ein so saisonal guter Tag. Und vor allem, normal sind die Tage auch nach dem großen Verfall auch nicht so tolle. Wir wollen sehen, wie es jetzt kommt. Aber Fakt ist, diese Geschichte mit dem Virus ist auf jeden Fall ein neues Puzzlestück, eine neue, mögliche neue Dimension in dieser ganzen Geschichte, die diesen Optimismus im Mindesten in Frage stellen kann. Wir werden sehen, wir wissen noch zu wenig darüber. Wir werden sehen, ob die Verbreitung jetzt andere Länder auch erfasst und in welchem Tempo. Wir werden sehen, was das für weitere Auswirkungen hat, möglicherweise mit Grenzschließungen etc. Das ist im Mindesten eine Dimension, die wir ja kurz mal im Frühling hatten, in der ersten Corona-Welle, aber eben nicht in dieser zweiten Welle. Und das haben die Märkte bisher nicht auf dem Zeiger. We will see. Ich wünsche jetzt erstmal einen guten Start in die Woche und sage Ihnen Servus und Ciao.